Musik Maria Lasnik als Künstlerin ganz groß, in dieser Zeit, wie machte sie das bloß? Die Emotionen, die sie bedrückten, für Max in Bildern auszudrücken. Sie kommt auf die Welt als Kind am Lande, eine ledige Mutter, welch eine Schande. Die Mutter muss arbeiten, wie das Kind, die für meine Oma, allein und zu nahm in der Kunde. Die Mutter sagt, sie locken Leute neu, sie kommt ja zusammen, welchen erfreut. Jetzt lebt sie plötzlich in der großen Stadt, wo sie die ersten Malenkürze hat. Die Ehe von Streit gibt ihr keinen Halt, der Stiefvater sollt die Stimmlichkeit. Die Schule ist auch kein Zufluchtort, die anderen Mädchen verspottet sie dort. Die Art der Nornen ist auch größer, es trifft das Kinderherz wie ein Messer. Gefühle versteckt hinter hohen Mauern, lassen sie in Beziehungen trauern. Die Kunst ist ein Ausweg für den Schmerz und aus der Mitte vom verwundeten Herz. Tropft die Farbe aus ihrer Hand auf die unbefleckte Wand. Musik Die Mutter zur Seite entdeckt sie die Weite und stößt die Nazi-Kunst zur Seite. Sie bleibt allein und bleibt sich treu. Von neuem keine Spur von Schau. Sie bleibt hinein bis ins hohe Alter. Und ihre Kunst ein bunter Falter. Musik Musik Die Mutter zur Seite entdeckt sie die Schmerz. Musik Musik Die Mutter zur Seite entdeckt sie die Schmerz. Musik Die Mutter zur Seite entdeckt sie die Schmerz. Vielen Dank.